hallo und herzlich willkommen zum new monday ich habe gerade schon mal einen vlog gemacht aber irgendwie ist nie das ganze bild drauf deswegen habe ich das wieder gelöscht ich schaue jetzt nochmal nach ob es wieder ganz drauf ist weil hier oben rechts in der ecke geht das nur bis freunde dann das schwarz bild und hier so irgendwie weg diese ecke dann hier rechts alles deswegen bin ich auch schon auf level 4 ja und mein internet verschwindet immer wieder deswegen kann ich auch nicht richtig spielen also aber egal ich probiere es jetzt ich ziehe es jetzt durch ich mache jetzt gerade ein freies spiel und hoffe dass das internet nicht wieder weg ist ich kann noch mal überlegen ob ich mich in einer gelde anmelde aber aber das soll ich dann doch nicht tun ja den großen kriegen ach ich war voll rein ach mensch 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 was ist denn hier los heute so das war das freie spiel jetzt gehen wir auf zufälliges team jetzt gehen wir auf zufälliges team rot und sie müssen probieren und sie müssen probieren weil es erst 4000 punkt hat wie es oben rechts steht ich weiß nicht ob das noch gut drin ist auch 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 das müssen nicht gelb ganz vorne auch 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 immer noch auch 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 Ich bin ein großer Wunsch. 3000... ... ... ... ... ja team rot hat gewonnen so das hat im rot und hunger games und 5 und ich war gerade mit reingegangen bei hunger game ist ein einziges leben und jetzt sind zum beispiel noch zehn leute Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Ich fahre zum großen Blum schnappen, warum ich jetzt eigentlich alles im großen Blum schnappen denn wir sind gerade fast gewonnen und ich fahre auf Follower ein Team Gelb hat gewonnen Na Na gut, ich würde mal sagen, das war's für heute Nächste Woche Montag geht's weiter Ich hoffe nachdem läuft es ein bisschen besser Aber ich war ja schon auf Platz 3 eigentlich Ist ja schon mal richtig nice Auf jedem Follower wünsche ich euch viel Spaß Bis zum nächsten Mal Und tschau tschau